Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Voldoza. Das Material findet ihr unten in der Infobox, welches benötigt wird. Um keine Anleitungen zu verpassen, abonniert gerne meinen Kanal. Jetzt viel Spaß mit der Anleitung. Heute häkeln wir eine kleine Eule. Ich benutze hier Filetkarn und eine Nadel von 1,25 mm. Wir starten mit einem Fadenring und häkeln jetzt in diesen 6 feste Maschen. Sind die geschafft, ziehen wir dann den Fadenring zu. So, es geht weiter, damit wir jetzt jede Masche verdoppeln. Also wir häkeln jetzt immer 2 feste Maschen in eine Masche. Wir kommen auf eine Maschenanzahl von insgesamt 12. Wir holen jetzt uns einen runden Markierer. Ich benutze hier wieder eine andere Wolle. Es geht weiter mit einer festen Masche und einer Verdoppelung. Also 2 feste Maschen dann in eine Masche. Das Ganze wiederholen wir bis Rundenende. Nach dieser Runde den Maschenmarkierer umlegen und es geht weiter mit 2 festen Maschen und einer Verdoppelung. Auch das wiederholen wir jetzt wieder komplett bis Rundenende. Also immer 2 feste Maschen und eine verdoppeln. So, Maschenmarkierer wieder rum und es geht jetzt weiter mit 12 Runden je eine feste Masche in jede Masche. Ich mache das jetzt mal und melde mich dann gleich wieder zurück. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt meine 12 Runden gehäkelt. Den Maschenmarkierer kann ich mir jetzt rausziehen. So, die Arbeitsfaden, also die Arbeit wird noch nicht beendet. Wir ziehen uns den Faden etwas länger. Hier kann man auch ja eine andere Markierung mit einlegen. Es gibt ja extra so runden Markierer, wo wir eine Klammer sind. Den Faden sehr, sehr großzügig abschneiden und auf die Seite legen. Es geht weiter mit unserer Farbe. Wir häkeln jetzt die Augen, also die Umrandung von den Augen kommt jetzt dran. Hierzu häkeln wir wieder 6 feste Maschen in einen Fadenring. Diesen dann leicht zuziehen und es geht weiter mit je einer Verdoppelung. Also 6 mal verdoppeln. Wir kommen auf eine Maschenanzahl von 12. Immer 2 feste Maschen in eine Masche häkeln. Den Anfangsfaden unseres Fadenrings kann man jetzt abschneiden. Also, ja, ziemlich recht kürz abschneiden. Es geht weiter mit einer Kettmasche, drei Luftmaschen und wir häkeln jetzt in die nächste Masche eine Kettmasche. So, wieder drei Luftmaschen und in die nächste Masche eine Kettmasche setzen. Drei Luftmaschen und eine Kettmasche. Das wiederholen wir jetzt komplett bis Rundenende. So, den Faden dann auch wieder großzügig abschneiden. Und durchziehen. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch einmal für das zweite Auge. So, jetzt habe ich die beiden Umrandungen fertig. Hier habe ich so Sicherheitsaugen. Die kommen jetzt hier durch den Fadenring. Deswegen habe ich eben gesagt, nicht so fest zu ziehen. Ich habe es jetzt leider zu festgezogen und bin jetzt mit einer, ja, dickeren Häkelnadel einmal so ein bisschen durch das Loch durch. Dass ich das hier so durchgequetscht bekomme. So, also durch den Anfang vom Fadenring. So, jetzt habe ich es. So, das ist unser erstes Auge. Man sieht mal schön der Kranz außenrum. Wir holen uns wieder unser Hauptteil, der Körper. Und jetzt wird das, also das Sicherheitsauge hier, so circa in die, ja, drittletzte Reihe mittig eingesetzt. Auch hierzu ist es halt gut, wenn man, ja, mit einer dickeren Häkelnadel gerade so ein bisschen, dass die Öffnung ein bisschen vorweitet. Und das Ganze jetzt so durchstecken. Und das Gegenstück hinten draufsetzen. Normal kommt es so drauf, ja, aber meins ist ein bisschen, ja, zu groß. Deswegen drehe ich das jetzt um. Und dann kann man sich auch manchmal ganz gut damit helfen. Das sollte man wirklich nur machen, wenn das jetzt nicht gerade, ja, für Babys und für Kleinkinder ist, ne. Also das ist jetzt für mich die Eule im Privatgebrauch, so als Deko. Da geht das so durch. Das Ganze machen wir auch mit dem nächsten Auge. Also wieder durch unseren Anfang von unserem Fadenring. Das Sicherheitsauge durchschieben. Und dann, ja, so knapp nebeneinander positioniert das zweite Auge ansetzen. Sollte man jetzt keine Sicherheitsaugen haben, gehen natürlich auch, ja, Knöpfe oder Perlen, die kann man später dann aufnähen oder aufsticken. Also das sind ganz viele Möglichkeiten gesetzt. So, die Augen sind jetzt schon dran. Und jetzt wird das Ganze noch mit Füllwatte ausgestopft. So, hier oben gut rein. Es sollte nicht halt ganz so fest sein, weil wir jetzt noch die Öffnung schließen. Wir setzen wieder in diese, ja, Schlaufe ein, wo wir eben aufgehört haben von unserem Körper. Die Füllwatte noch ein bisschen nachdrücken. Und jetzt drücken wir uns das Ganze so zusammen. Und häkeln jetzt komplett, so, einmal komplett durch. Mit festen Maschen. So, ist alles ein bisschen klein. So, also wieder komplett durch beide Teile durch. Und mit festen Maschen schließen. Das machen wir jetzt, ja, oben die ganze Länge lang, bis es komplett zu ist. Den Faden dann durchziehen. Und kann dann auch vernäht werden. Unsere Fäden von den Augen, was wir hier noch übrig haben. Das wird jetzt auch in eine Nadel aufgefädelt. Und einmal so, ja, ein kleines bisschen rundherum festgenäht. Darauf achten, dass wir unsere Böken, wo wir eben gehäkelt haben, dass sie halt nicht mit angenäht werden, sondern nur in diesen festen Maschen, genau, knappkrantig um diese Sicherheitsaugen. So, dass das später noch schön, ja, ein bisschen absteht. Es geht jetzt weiter mit den kleinen, ja, Puscheln oder Ohrspitzen halt. Und hierzu einfach, ja, wieder unsere, wir wollen der gleichen Farbe, etwas Wolle nehmen. Und ich klappe mir immer so circa 20 Zentimeter, 15 bis 20 Zentimeter lange Fäden, dass ich fünf Stück habe und schneide das dann ab. Die Schlaufen hier unten einmal durchschneiden. Und dann haben wir genau fünf gleich lange Fäden. Ich hole mir jetzt eine dickere Nadel, also eine zweier Häkelnadel und steche hier oben durch die Spitze einmal so durch. Hole mir diese Fäden und ziehe die einmal so durch. Ja, jetzt habe ich einen verloren hier. Das ist nicht so schlimm. Das mache ich gleich noch rein. So, jetzt kommt er noch dabei. Alle Schlaufen wieder drauf. Und jetzt ziehen wir den Rest einmal so durch die Schlaufe. Quasi angeknüpft werden die. So, etwas ziehen, dass das dann hält. Das Ganze wiederholen wir, wir auf die andere Seite. Also fünf gleich lange Fäden. Und durch die Ohrspitze so einmal durchziehen. Und noch einmal durch die Schlaufe durch. Das Ganze etwas festziehen. So, das ist jetzt natürlich so lang. Das kann man jetzt, ja, auf die gewünschte Länge hin kürzen. Ich lasse meistens so, ja, ein Zentimeter ungefähr stehen. Das Ganze noch so ein bisschen auseinander, ja, friemeln. Und die andere Seite noch. Schauen, dass es gleich lang ist. So, das passt jetzt. Wir machen jetzt weiter mit der kleinen Nase und den Füßen. Hierzu verwende ich auch wieder so dünnes Filetkern. Und einen kleinen, ja, Holzstock benutze ich. So, mein Filetkern ist in dunkelbraun. Ich gehe hier hinten am Rücken von der Eule so zwischen zwei Maschen rein. und komme vorne zwischen den Augen raus. So, jetzt so circa zwei bis drei Reihen nach unten ansetzen. Und mit so geraden Stichen immer wieder in das, von unten halt in das gleiche Loch stechen, dass die Nase so eine leichte Spitze nachher bekommt. Jetzt kann man ganz nach Belieben so viele Stiche setzen, bis ihm halt die Nase gefällt. Oder der Schnabel. Es heißt ja eigentlich Schnabel. Und das ist ja ganz schön. gefällt einem der schnabel so weit mit der nadel so durchstechen dass wir unten ja quasi am unteren teil der eule dann raus kommen wir holen uns jetzt das kleine stückchen zu und gehen hier wieder rein also wir umschlingen quasi dieses stückchen hier reichen dann auch schon wenige stiche soll die zweite schlaufe noch eine dritte so das reicht mir auch dann schon dann stehe ich wieder ein und kommen ein stück versetzt wieder raus für das zweite füßchen hier wird das gleiche wiederholt und schon sitzt die eule auf ihrem kleinen ast so sind die füße gemacht hinten wieder raus stechen wo wir eben eingestochen haben also zwischen diesen zwei maschen ich habe mir jetzt eben bisschen ja wenig faden gelassen aber es geht noch für das dann gerade noch so zu verknoten am besten mit einem doppelknoten das dann später auch nichts aufgeht den kleinen knoten den wir jetzt gemacht haben ziehen wir jetzt in das innere der eule in die gleichen maschen öffnung rein und so ziehen und dann verschwindet der kleine knoten innen drin jetzt ist jetzt gerade mit der häkeln nadel bisschen rein das reicht auch werden dann abschneiden und fertig ist auch schon unsere kleine eule super süß und wirklich schnell gemacht eignet sich prima für ja sämtliche anhänger oder so man kann oben an der kopf an dem kopf von der eule auch noch eine luftmaschenkette setzen oder einfach ein stück schnur für das ganze dann aufzuhängen oder halt auf der rückseite eine kleine klammer anbringen und das ganze als niedliche kleine brosche benutzen ich hoffe die anleitung hat euch gefallen und lasst mir doch gerne einen daumen da tschüss